Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NotamMMA. Es ist wirklich zu einer krassen Situation gekommen, denn UFC-Boss Dana White wird möglicherweise wirklich von seinen Posten entfernt. Denn nun haben sich sogar Politiker des Staates Kalifornien eingemischt und fordern den direkten und sofortigen Rücktritt von UFC-Boss Dana White. Seit Dana White auf einem Video erwischt wurde, wie er seine Frau ohrfeigte, haben Endavia, UFC und ihre Sendepartner ESPN und TBS alles zu dieser Angelegenheit einfach weggeschwiegen. Angesichts ihrer Untätigkeit hat eine Gruppe von Gesetzgebern nun die sofortige Absetzung von White als UFC-Präsident nach diesem Vorfall gefordert. Die Senatorin des Staates Kalifornien, Nancy Skinner, hat im Namen von 17 Senatoren des Staates und 32 Abgeordneten einen offenen Brief an Ari Emanuel geschrieben. Indem sie den Endavia-CEO und UFC-Eigentümer mitteilt, dass es an der Zeit ist, Mr. White aus seiner Führungsrolle zu entfernen. Der Brief, der von der überparteilichen Organisation California Legislative Women's Caucusa stammt, nannte auch Emanuels Heuchlerei, da seine früheren starken Ansichten anscheinend nicht mehr zutreffen, da es um sein Ende ergibt. In den Tagen seit der Veröffentlichung des Videos haben sie geschwiegen, heißt es in dem Brief. Ihr anhaltendes Schweigen spricht Bände, wie sie einmal geschrieben haben. Schweigen und Nichtstun sind keine Option. Wir stimmen dem zu und wir fordern sie dringend auf, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen. Der Leiter einer großen Sportorganisation kann nicht behaupten, für die Sicherheit von Frauen zu sein, während ein Video, in dem er seine Frau schlägt, weiterhin online kursiert, ohne dass sie darauf reagieren. Die Heuchlerei ist erstaunlich. Genug ist genug. Es ist an der Zeit, Mr. White aus seiner Führungsrolle zu entfernen, ihn und seinem Partner zu ermöglichen, die Hilfe zu bekommen, die sie brauchen und gleichzeitig die Welt daran zu erinnern, wofür die Firma eigentlich steht und dass Gewalt gegen Frauen kein Verhalten ist, das sie gutheißen können. Wie der Brief verwies, hat der CEO von Dana White, der Boss, sich über frühere Kontroversen geäußert, wobei der Hollywood-Mogul kürzlich zwei Kommentare verfasst hat, die sich gegen Antisemitismus von Leuten wie Kanye West und Dave Chappelle aussprechen. Er rief zu einem Boykott von West auf und sagte, es liegt an uns allen aufzuhören, schweigen als akzeptable Option zu betrachten. Zuvor forderte er auch Hollywood auf, Mel Gibson wegen seiner bigotten Kommentare zu meiden, auch wenn dies ein Opfer für ihr Endergebnis bedeutet. Daraufhin haben die Politiker hier und die Senatoren halt Bezug genommen. Und jetzt ist es eine krasse Sache, es wird auf jeden Fall ernst, ESPN steht bei Disney unter Vertrag und wenn so ein großer Konzern einfach so viel Druck bekommt, auch aus politischer Sicht, dann wird das Ganze schnell interessant und unangenehm für UFC-Boss Dana White. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze aussehen wird, ob sich da noch eine Reaktion sehen lässt oder halt nicht, denn Dana White ist richtig in der Klemme. Schreibt mir auch mal dazu in die Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei No Time MMA.